Mein Name ist Danny, bin Tänzer und Choreograf, habe für verschiedene Acts und Bands choreografiert und getanzt. Bestimmte Schrittfolgen merken, bestimmte Choreografie. Das heißt also, bevor man ein guter Tänzen werden muss, sollte man erstmal in guter körperlicher Verfassung sein. Also man muss nicht in guter körperlicher Verfassung sein, denn wenn man Hip-Hop intensiv macht, kommt man schnell zum Ergebnis.